Musik Herzlich willkommen und Glück auf, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Glück auf Kompakt. Ihrem Fernsehzuschauer-Service mit Tipps und Informationen für Ihre Freizeitgestaltung in der nächsten Zeit. Schön, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind. Ausgewählte Empfehlungen habe ich Ihnen mitgebracht, damit Sie sich von unserem turbulenten und aufregenden Alltag etwas ablenken lassen können. Wir stecken ja mitten im Herbst und den kann man feiern, zum Beispiel mit den zahlreichen Herbstfesten in der Region. Gleich am ersten Sendetag feiert Chopau am 8. Oktober das siebente Herbstfest in der Altstadt. Beginn ist um 13 Uhr. Einen Tag später, also am 9. Oktober, wird in die Freiberger Altstadt zum Flanieren und Einkaufen eingeladen. Innenstadthändler öffnen ab 13 Uhr ihre Geschäfte. Und rund um den Untermarkt sind jede Menge Mitmachaktionen sowie eine Automesse vorbereitet. Bleiben wir noch in Freiberg und kommen zu einem ganz anderen Thema. Die Zukunft jenseits von Lithium-Kobalt-Batterien. Polymer-basierte Batteriespeicherkonzepte. Am 11. Dezember 2019 stellte die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen den europäischen Green New Deal vor, nachdem Europa bis zum Jahr 2050 klimaneutral werden soll. Eine Herausforderung bei der Umstellung auf erneuerbare Energien sind die Schwankungen bei der Stromerzeugung, denn nicht immer sind Wind und Sonne verfügbar. Diese Schwankungen müssen durch Energiespeicher aufgefangen werden. Langfristig sind hierfür neue Generationen von Speichertechnologien notwendig, um die Herausforderungen einer zunehmend komplexer werdenden Energieversorgung zu meistern. Welche Antwort die Friedrich-Schiller-Universität Jena, Center for Energy and Environmental Chemistry, auf diese Herausforderung hat, wird uns unser Referent Prof. Ulrich Schubert vom Institut für Organische Chemie und Marko-Molekulare Chemie an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena erläutern. Bleiben Sie neugierig und besuchen Sie uns. Alle Interessenten sind gern zu dieser öffentlichen und kostenlosen Veranstaltung willkommen. Am Montag, dem 10. Oktober 2022, um 18 Uhr in die Karl-Kegel-Straße 75 in Freiberg. Die folgende Empfehlung lohnt sich auch. Denn unser Erzgebirge ist ja nicht nur als Weihnachtsland bekannt. Nein, wir sind auch eine begeisterte Motorsportregion. Das zeugen die vielen Rennstrecken und Veranstaltungen im Erzgebirge. Und da darf im Oktober ein Event nicht im Kalender fehlen. Rund um Chopau musste ja auch zwangspausieren, ist aber in diesem Jahr wieder voll da. Enduro ist für dich pure Leidenschaft? Die Begeisterung für Motorsport liegt in deinem Blut? Du bist wirklich auch so verrückt nach Schlamm und Benzingeruch? Willkommen bei Rund um Chopau. Erlebe das Original. Der MSC Rund um Chopau begrüßt dich vom 14. bis 16. Oktober 2022 zum Finallauf der Enduro-Weltmeisterschaft rund um die Motorradstadt Chopau. Zum Opening mit Supertest im Prolog-Gelände in Hohendorf. Sei dabei, komm zu Rund um Chopau. Wir wechseln die Sportart und den Veranstaltungsort, bleiben aber der Motorradstadt Chopau treu. Es geht jetzt um Volleyball. Die aktuelle Saison ist bereits seit einigen Wochen voll im Gange. Und am 15. Oktober steht das nächste Heimspiel des VC Chopau an. Der SV Schweig 2 fordert die sächsische Mannschaft heraus. Spielbeginn ist um 19 Uhr in der VC Arena im Berufsschulzentrum in Chopau. Und bei vollbesetzten Zuschauerrängen sollten einige Punkte doch wieder zusammenkommen. Sport und der Ball bleibt uns jetzt treu. Wir wechseln nur die Sportart. Und da kommen wir vom Volleyball jetzt zum Handball. Und da kommen wir vom Volleyball jetzt zum Handball. Für die sächsischen Schüler die lang ersehnten Herbstferien. Und in dieser Zeit steht das Theater Variabel in Olbernhau offen und hat spezielle Ferienangebote vorbereitet. In der ersten Ferienwoche wird traditionell ein Theaterstück geprobt. Und die Aufführung findet dann am Sonntag, dem 23. Oktober statt. In der zweiten Ferienwoche finden die Ideen der Kinder ihren Platz. Ob in der Kreativwerkstatt, beim Mittagessen selber kochen, dem Kürbisschnitzen, wandern oder dem Billiardspielen mit Freunden. Bei Fragen und Anregungen zu den Angeboten dann nicht zögern und gleich direkt mit dem Theatervariabel in Verbindung setzen. Die Kontaktmöglichkeiten sind eingeblendet. Liebe Zuschauer, Herbstzeit ist auch Kinozeit. Und was das Kinopolis in Freiberg beispielsweise in dieser Woche auf dem Spielplan hat, das erfahren Sie jetzt. Im nach wahren Begebenheiten erzählten Drama Im Land, das es nicht mehr gibt, gelangt ein ostdeutsches Model zu großer Bekanntheit und muss sich einer großen moralischen Herausforderung stellen. In seiner Doku Into the Ice steigt Lars Ostfeld zusammen mit mehreren Forschern in Grönlands Gletscher hinab, um das Innenland Eis auf seine Tiefe zu testen. In Google-Hupfgeschwader, dem achten Teil von Rita Falks Provinz-Krimi-Reihe, um Ermittler Frank Eberhofer, muss der Dorfpolizist sich der Mafia und dem Lotto-Fieber der Anwohner stellen. Das bedeutendste britische Opernhaus, die Royal Opera London, lädt zu Robert Carlsons Neuinszenierung der Oper Aida von Giuseppe Verdi unter der Leitung von Antonio Papazzo ein. Dieses absolute Highlight der Live-Übertragungen können Sie am 12. Oktober um 19.45 Uhr im Kinopolis Freiberg sehen und hören. Die Live-Übertragung bietet den Besuchern den besten Platz im Haus und erhält exklusive Aufnahmen hinter den Kulissen, Interviews und Einblicke in den Probeprozess. Lassen Sie sich vom Feinsten verführen und erleben Sie diese Inszenierung aus dem renommierten Opernhaus in London. Erleben Sie atemberaubende Live-Atmosphäre in Ihrem Kinopolis Freiberg. Bestsellerautor, ehemaliger Spiegelkorrespondent und Mensch mit Meinung kommt nach Freiberg zur Lesung. Der Kalif gibt sich die Ehre. Hasnan Kazim liest bei uns im Kinopolis Freiberg aus einem Buch Mein Kalifat. Hasnan Kazim ist nicht nur Journalist und Bestsellerautor. Vor einigen Jahren hat er sich auch eine zweite Identität zugelegt als Kalif. Das war seine nicht ganz ernst gemeinte Antwort auf die permanenten Ängste von Menschen vor einer Islamisierung des Abendlandes und auf Dauervorwürfe von Rechtsextremisten, er sei in Wahrheit ein Islamist, der Deutschland islamisieren wollte. Doch schnell stellte Hasnan Kazim fest, dass sich seine Kalifatspläne verselbstständigten. In den sozialen Medien und bei Lesungen huldigten Fans ihrem weißen Kalifen. Sie wollten Visier oder Mitglied des Harms werden. Viele fragten sehnsüchtig, wann denn nun das Kalifat ausgerufen werde. Die gute Nachricht, es ist endlich soweit. Und die noch bessere Nachricht, der Kalif hat dabei ein geheimes Tagebuch geführt. Und das stellte er am 12. Oktober ab 19.30 Uhr im Kinopolis Freiberg vor. Und damit sind wir schon am Ende von Glück auf Kompakt für diese Woche angekommen, liebe Zuschauer. Falls Sie später eingeschaltet haben, dann ist das kein Problem. Unsere Sendung läuft mehrmals täglich im Programm bei Glück auf TV Kanal Neuen Erzgebirge und bei Glück auf TV Mittelerzgebirgsfernsehen. Aber auch auf YouTube und in unseren Mediatheken können Sie die Sendung jederzeit rund um die Uhr individuell anschauen. Und wenn auch Ihr Angebot, Ihre Veranstaltung oder Ihre Einrichtung in unserer Sendung Erwähnung finden soll, dann melden Sie sich einfach bei uns. Und das geht am besten per E-Mail unter der Adresse kompakt at glück-auf.tv Der Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe von Glück auf Kompakt ist Mittwoch, der 12. Oktober 2022, 12 Uhr. Ich verabschiede mich für heute von Ihnen. Kommen Sie weiterhin gut durch den Herbst und haben Sie viel Freude bei allem, was Sie tun. Bleiben Sie gesund und Glück auf bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017